Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks. Ja, mit unserem zweiten Teil geht es jetzt weiter. Die besten Tech-Tree-Panzer in Russland. Wir sind eine Nation weiter. Und ja, gleich mal grundsätzlich gesagt, macht ihr bei dem russischen Forschungsbaum, gerade auch als Einsteiger, nicht so viel falsch. Die russischen Panzer verzeihen eigentlich am meisten Fehler. Ja, jetzt könnte man natürlich meinen, es sind doch die stärksten Panzer im Spiel. Ein Schelm, wer da bei dem russischen Entwickler was Böses denkt. Aber ja, es ist nicht so, dass sie unüberwindbar sind. Sie sind schon gut, so ist es nicht. Aber haben natürlich auch ihre Schwächen. Aber grundsätzlich natürlich kann man sagen, als Anfänger vor allem, ist man hier ganz gut beraten mit den russischen Panzern, weil die doch am meisten Fehler verzeihen. Und ja, gucken wir doch mal, was sich denn hier lohnt und was vielleicht nicht unbedingt. Auf jeden Fall habt ihr auch hier wieder einen Panzer, der kostenlos ist. Das ist hier der BT-7. Wieder ein Light. Wie schon bei den USA erwähnt, empfehle ich nicht unbedingt mit einer Light-Reihe zu beginnen. Hier ist es jetzt so, sind die ersten beiden allerdings wieder Lights. Der BT-7 und der A-20. Die kleineren Stufen, also Stufe 3 und 4, wieder als Einstiegspanzer sozusagen, sehe ich auch noch nicht unbedingt als reine Light-Klasse. Das würde ich hier noch als passend empfinden und auch sagen, ist okay, kann man machen. Wenn man dann jetzt hier weiter guckt, geht es hier allerdings komplett mit der Light-Reihe weiter. Da ist dann die Frage, sammle ich lieber noch ein bisschen Erfahrung und gehe dann an diese Reihe. Ansonsten wieder das bekannte Prinzip, erst mal den Panzer so weit spielen, bis alle möglichen Wege erforscht sind. Also in diesem Fall jetzt der T-34 und parallel dann der T-50. Ja, zum Anfang würde ich auch tatsächlich diese Reihe hier empfehlen. Hier geht es nämlich nachher weiter zu den Mediums, die allesamt sehr, sehr gut sind. Unter anderem auch speziell, aber da kommen wir noch zu. Ja, das zum Beginn eigentlich, macht man da nicht viel falsch. Ganz solide Reihe eigentlich durchweg und ja, wie gesagt, am Anfang gar nicht so verkehrt. Nehmen wir mal an, wir sind denn jetzt hier T-34, hat jetzt gleich drei Möglichkeiten. Hier könnte man auch wieder sagen, man überspringt den T-50 und geht dann auf die Lights, spielt dann eben nur den A-20 bis zum T-34. Ist halt auch die Möglichkeit und dann hat man hier eben die Wahl, auf drei Linien zu springen und selbst von hier geht es dann noch auf eine Viertel. Aber das kann man ja hier an den Linien gut erkennen, wo es wie weit abzweigt. Wir bleiben jetzt aber erst mal hier auf der Medium-Line, gerade hoch zum Zielpanzer, in diesem Fall Objekt 140, ist vielleicht sogar noch der etwas stärkere als der T-62A, der jetzt gerade zwar einen Buff bekommen hat, also Nachlade-Buff, lädt ein bisschen schneller nach. Ich habe den, wie wir hier sehen, selber auch gar nicht. Ich könnte ihn mir kaufen, habe ich aber nie gemacht, weil ich immer fand, das Objekt 140 und der T-60, die sind sich doch sehr, sehr ähnlich und ich hielt es da nicht für nötig, beide zu haben. Und ja, deshalb ist meine Empfehlung, jetzt auch erst mal Richtung Objekt 140 zu gehen. Und dann sind wir da, wie gesagt, hier beim T-34 und ja, könnten uns dann natürlich erst mal wieder alle Möglichkeiten, alle Optionen freihalten, das heißt, alle drei hier über ihm erspielen. MT-25, T-34, 85 und den A-43. Hier muss man dann auch, ja, mit ein bisschen Weitblick, so gesehen, weil, ja, die Forschungsbräume sind da leider nicht so übersichtlich, kann man dann ja auch hier über den A-44 nachher auf eine andere Linie gehen und wiederum drei weitere Zehner erspielen. Deshalb ist das, glaube ich, von Vorteil, man erspielt sich mit dem T-34 erst mal alle drei Optionen, wie auch schon bei den USA, wie wir es da erwähnt hatten oder ich erwähnt hatte. Und, naja, man macht mit denen auf jeden Fall mit allen nicht, und verwaltet auch der T-34 hier auf Stufe 5 ist schon ganz brauchbar. Nichts, was man unbedingt behalten müsste vielleicht, aber er lässt sich relativ angenehm durchgriden und, ja, dann ist das auch nicht so eine Qual, jetzt gleich drei Panzer zu erspielen. Wenn man dann aber dann einmal damit durch ist, dann, ja, haben wir hier den T-34-85 und den A-43 und dann letztendlich hier den MT-25 auf der Leitlinie, die lasse ich jetzt mal kurz nach außen vor. Hier bei den beiden sehe ich den T-34-85 schon als den stärkeren und, ja, besseren Panzer eben, den gibt es auch in vielen, vielen, äh, Premium-Varianten oder sagen wir zumindest in einigen Premium-Varianten und, ähm, ja, der Panzer durchaus Potenzial in der Garage zu bleiben, ist auf jeden Fall nicht der schlechteste Sechser. So, sind wir dann damit durch, geht's zum T-43, der, ja, meiner Meinung nach einmal durchgegruntet wird und dann weg damit. Dann kommt es zu Stufe 8 T-44, der wiederum sehr, sehr gut ist. Kann man auch überlegen, den nochmal vielleicht sogar zu behalten. Auf jeden Fall ist der brauchbar, mehr als brauchbar sogar und, ja, was den Grinden dann natürlich auch angenehm macht. Hier tatsächlich nur mal zu einem einzigen Panzer, nämlich zu dem T-54, der auch auf Stufe 9 sehr, sehr gut ist. Kann man auch durchaus überlegen, ihn zu behalten. Also ein wirklich sehr, sehr starker Medium. Und von dem aus geht's dann eben zum König an der Spitze, dem Objekt 140 oder, Wer will dann eben auch der T-62A. Ich denke, mit beiden macht man nicht so viel verkehrt. Beide sehr, sehr gut. Aber der 140er hat vielleicht noch knapp die Nase vorn, vor dem T-62A. Also vielleicht dann eher erstmal in diese Richtung gehen. Vom T-54 kann man aber tatsächlich auch noch wieder eine Stufe zurück grinden zum hier zum Light L-T-T-B. Das könnte man tun, um sich zum Beispiel das da drunter alles zu ersparen, wenn man dann unbedingt die Lights spielen möchte. M-T-25 an sich aber nicht schlecht. Also auch der lässt sich ganz gut spielen. Auch der L-T-G auch wenn er so ein bisschen krüppelig aussieht, ist gar nicht so schlecht. Meiner Meinung nach kann man auch den ganz ordentlich spielen. Aber wer das eben wie gesagt nicht möchte und sich das ein bisschen verkürzen möchte, kann über den T-54 dann direkt zum L-T-T-B, der auf Stufe 8 auch sehr, sehr gut ist. Hier muss man wieder ein bisschen aufpassen, der kippt gerne mal um oder neigt dazu. Da gibt es ja jetzt so eine ganz neue Fähigkeit für den Kommandanten. Wenn man dann mal wirklich auf der Seite liegt, diese Zeit, also diese 10 Sekunden zu verkürzen auf 5 ist vielleicht tatsächlich bei dem gar nicht so verkehrt. Ansonsten brauchbarer Leid meiner Meinung nach und dann der 9er und der 10er sowieso, der T-100 LT hier, wirklich eine Maschine. Was der alles aus der Fahrt trifft, ist schon nicht mehr feierlich. Den muss man tatsächlich auch eher aus der Fahrt schießen als im Stand ein-Aim, das bringt nicht so viel. Schießt mit dem lieber aus voller Fahrt, das ist besser. Ist glaube ich auch das schnellste Leid im Spiel mit 72 kmh und dazu sehr sehr flach, guten Tarnwert, ja also wirklich der König der Leids so gesehen, also bei den Russen jetzt hier vielleicht sogar im ganzen Spiel, auf jeden Fall ein sehr sehr starker Leid und auch der davor, der T-54 leicht, ist nicht der schlechteste. Alles Panzer, die man sich durchaus auch für länger in die Garage stellen kann. Selbst auch den L-T-T-B vielleicht sogar den L-T-G ja durchaus alles sehr sehr gut zu gebrauchen und ja das wäre dann zum Beispiel oder beziehungsweise das wäre dann die erste Reihe die ich dann vielleicht auch hier empfehlen würde was das Thema Medium betrifft wenn wir nochmal hier kurz zum T-34 zurück gehen hier bleibt ja noch die Möglichkeit auf den A-43 zu springen diese Medium Reihe die dann hier danach kommt ist ein bisschen spezieller sage ich mal also alles was nach dem A-43 kommt hier der A-44 A-43 Objekt 4-16 das Objekt 4-32 und dann gerade durchgehend der K-91 denn all diese Panzer haben einen hinten liegenden Turm das bedeutet man muss diese Panzer oder sollte sie auch entsprechend anders spielen also ihr könnt nicht einfach so um die Ecke pieken und dann schießen könnt ihr natürlich aber dann müsst ihr auch wissen dass eure komplette Front erst raus guckt bevor ihr dann die Kanone um die Ecke bekommt Gun Depression haben die in der Regel auch nicht sehr viel gut russische Panzer haben grundsätzlich nicht sehr viel Gun Depression aber eben diese hier mit ihrer Kanone die komplett über die Wanne vorne ragt noch ist nicht viel ja das muss man oder sollte man wissen beim Objekt 4-16 bei dem A-44 bin ich nicht ganz sicher aber bei dem 4-16 4-3-2 und K-91 ist es noch zusätzlich so dass ihr den Turm nicht 360 Grad drehen könnt ich meine es sind wieder 90 Grad nach links und rechts dann ist Schluss also diese Panzer sind schon etwas spezieller und erfordern auch ein bisschen mehr Geschick sag ich mal um sie zu spielen wenn man das aber drauf hat das sind das richtig starke Geräte hier 4-3-2 zum Beispiel hat ein sehr 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 gute Panzerung im Grunde für ein Medium der Turm ist sehr gut auch die Wanne wer viel mit Auto eben auf diesen Panzer schießt wird da direkt wissen was ich meine da prallt nämlich sehr sehr viel ab beim K-91 ist das tatsächlich gar nicht mehr so stark was die Wanne betrifft vor allem ich glaube der Turm ist auch gar nicht mehr so gut der punktet dann wieder eher mit seiner Kanone er hat zum Beispiel die höchste Fluggeschwindigkeit aller Panzer im Spiel ich glaube es sind 1700 Meter die Sekunde kann man hier jetzt gerade nicht einsehen das wird dann wahrscheinlich irgendwann wieder die erweiterten Statistiken sein aktuell nicht zu sehen aber ich kann sagen dass es so ist und ja allerdings kann man auch wenn man hier beim 430-2 ist wieder noch zwei andere Panzer erspielen zum einen hier das OPEC 430 der ist wieder ähnlich mit dem 140er und dem T-72A wie wir auch hier bei mir sehen habe ich bisher mir nicht gekauft und zum anderen gibt es das OPEC 430U das ich euch tatsächlich eher empfehlen würde tatsächlich auch vor dem K91 noch also wenn ihr hier angekommen seid und beim 430-2 soweit seid dann empfehle ich als erstes das 430U zu nehmen weil der ist wirklich ein sehr sehr starker Panzer fast schon ein Hybrid zwischen Medium und Heavy weil der hat wirklich für ein Medium sehr sehr gute Panzerung sehr guter Turm auch die Wanne also der kann wirklich richtig gut was wegbouncen und auch wie wir da rechts oben auf der Karte sehen auch ganz gut austeilen wirklich die erste Empfehlung in dieser Reihe und ja wenn es dann aber speziell bleiben soll dann könnt euch mal den K91 wagen und wer will dann den 430er dann quasi den Standard Medium sozusagen ja wäre dann diese Wahl okay wer aber kein Bock auf Medium hat oder dann irgendwie hier schon so weit durch ist oder parallel natürlich auch heavy spielen möchte der muss dann eins weiter gucken da sind wir dann hier wieder aufpassen hier die ersten beiden fangen anders an hier geht es wieder mit im Leit los T46 und dann der T28 wieder zum Reinkommen ja der T28 ist für seine Stufe mit einem sehr hohen Alpha Schaden ausgestattet wenn er den ausgebaut hat das ist ganz gut aber nichts was man auf Dauer behalten müsste sowieso wer jetzt Bock auf 4er hat der wählt die natürlich aber grundsätzlich sage ich mal braucht man die nicht länger als nötig und hier habt ihr dann eben die Option nach links und rechts wegzugehen zum KV1 S oder eben KV1 empfehlen würde ich dann tatsächlich erstmal diese Reihe auch wenn ich persönlich den KV1 und den folgenden T150 stärker finde als die beiden die auf diese Seite kommen aber wenn wir mal weiter nach oben gucken kommen wir nämlich nur über diese Reihe zu den Klassikern zu dem Standard Einsteiger 10er Heavy den ich sowieso empfehlen würde der IS7 und ja wenn das das Ziel sein soll müssen wir entsprechend über den KV1S kommen ja im Grunde ist der auch so wie der KV1 also die sind sich schon relativ ähnlich ich glaube der KV1S hat halt noch so eine HE Kanone oder eine bessere He Kanone ich glaube aber der KV1 kann auch eine He Kanone spielen ich glaube aber grundsätzlich haben sie beide die gleichen Kanonen die man spielen kann aber ja grindet den durch und dann weg damit dann kommt es zum KV85 der bei mir sehen wir sie hier beide auch nie gehabt nie gespielt das ging früher mal über einen anderen weg zum IS7 das habe ich dann entsprechend auch gemacht und brauchte dann diese beiden hier nicht KV85 aber trotzdem nicht schlecht vor allem wenn ihr den ausgebaut habt ihr eine richtig schöne Schelle die ihr verteilen könnt mit 390 Alpha Schaden auf Stufe 6 ist das schon sehr brutal und ja hier könnt ihr jetzt überlegen entweder ihr kommt sowieso über den A43 zum KV13 der ja ich sag mal er solide ist wie ein Medium solider Medium besticht glaube ich eher dadurch dass er sehr viel HP hat wir sehen das hier 1020 ich glaube das geht der lässt sie noch ein bisschen erhöhen für Stufe 7 ist das schon recht gut ansonsten nichts was man unbedingt länger behalten müsste als nötig aber über den kommt man dann eben auch schon auf die Heavy Linie hier nachher zum 705 Alpha gucken wir gleich nochmal drauf ach ja dieser Forschungsbaum hier Wahnsinn wir sind jetzt noch beim KV85 sind wir damit durch kann man jetzt wie gesagt wenn man jetzt mit dem A43 nicht länger spielen möchte als nötig und dann nur zum A44 kann man das ja natürlich mit dem K85 auch noch korrigieren und dann den KV13 spielen man kann ihn aber auch komplett auslassen und zum IS gehen müsst ihr sowieso wenn ihr zum IS7 wollt ja IS ist solide Stufe 7 390 Alpha Schaden hat nur relativ wenig Durchschlag auch auf der Premium Munition und wenn ihr dann Stufe 9 Gegner seht kann das manchmal ja ist relativ dünn aber grundsätzlich ist er wie gesagt recht solide und lässt sich ganz ordentlich spielen wer will kann ihn noch länger behalten also ist jetzt nicht eine grundsätzliche Empfehlung zu behalten ich habe ihn auch mal wieder geholt aber ja einmal durch und dann soll das im Grunde auch reichen von hier aus habt ihr dann die Möglichkeit zu 2 zu gehen einmal dem ISM der nachher zum 705 Alpha führt oder den IS3 beides sehr sehr gute 8er Heavis verzeihen ganz gerne mal Fehler beide vor allem der IS3 hier sehr sehr gute Turmpanzerung wenn ihr die Wanne verstecken könnt und den Turm nur zeigen könnt dann ja sind hier auch 10er die Probleme haben IS3 wirklich sehr sehr stark kann man auch gerne mal länger behalten der ISM kam ja mit komplett dieser Reihe dann mal mit ins Spiel er war nicht von Anfang an dabei aber auch sehr sehr gut kann man auch mal überlegen sich den dauerhaft in die garage zu stellen da macht man auch nicht so viel verkehrt mit lässt sich gut spielen und angenehm grinden ja bleiben wir aber erst mal beim IS-7 dann geht es weiter zum Objekt 257 auch solide lässt sich auch ganz gut spielen und ja hier sehen wir dann kommen wir auch noch zu einem zweiten Panzer auch hier kann man dann wieder sagen oder überlegen spiele ich ihn weiter zum 277 empfehle ich aber gar nicht denn der neuner der zum 277 führt der zweite hier ist nämlich deutlich stärker meiner Meinung nach und lässt sich auch viel besser spielen das macht aus meiner Sicht dann tatsächlich mehr Sinn über den IS-3 diese beiden erstmal zu erspielen und dann entsprechend auch zum T10 zu gehen um sich dann das 277 zu holen ja bleiben wir aber erstmal hier 257 dann einmal durch und ja nichts was man unbedingt behalten muss aber durchaus kann bis man dann hier ganz oben angekommen ist beim IS-7 der natürlich ja der Klassiker nenne ich ihn mal sehr gute Turmpanzerung relativ mobil für den Heavy ganz guten Alpha-Schaden Durchschlags da sind andere besser durchaus aber er kann ganz gut mithalten also so ist es nicht auf jeden Fall das ein sehr sehr guter Einsteiger 10er Heavy das sollte dann grundsätzlich euer erstes Ziel sein so parallel sind wir auch schon hier jetzt gelaufen der 705 ist ganz ordentlich ja aber mehr wirklich auch nicht sehe ich noch mit am schwächsten von allen hier und dann zum 705 Alpha das ist auch wirklich ein Brecher auch hier muss man aber wieder sehen der hat den Turm hinten hier kann man ganz gut mit Sidescrape arbeiten anwinkeln und ja auch der ordentlichen Bums in der Kanone und auch einen Grind durchaus wert davor wie gesagt 705 sehe ich noch mit als am schwächsten an was man hier so erspielt ja durchgrinden und dann kann man ihn auch gerne verkaufen es sei denn gesagt er findet ihn so gut und kommt so damit gut damit klar dann ja klar behalte ihn ruhig so und wenn wir dann hier beim IS-3 soweit sind dann können wir natürlich wie gesagt auch zum T10 und dann zum 277 das sind mehr wieder so Hybrid Panzer also auf dem Papier beides Heavys aber Mobilität wie Mediums und ja von der Panzerung her auch Richtung Medium also Türme sind gut ja bei den Wannen sieht es dann schon wieder anders aus da kloppt euch wirklich alles durch aber beides durchaus im Gesamtpaket sehr gute Panzer auch den T10 den ich auch stärker empfinde als den T257 wenn ja dann lieber über diese Reihe zum 277 gehen und durchaus auch behaltbar und ja wenn wir dann auch diese Reihe gegrindet haben bleibt uns aber noch eine zweite wie gesagt wenn wir hier dann doch uns für die KV1 Reihe entscheiden kommt man hier oh mein Gott dieser Forschungsbomb über den KV1 zu einem sehr sehr starken Sechser meiner Meinung nach dem T150 300 Alpha Schaden auf Stufe 6 auch sehr 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 gut von da aus geht es dann weiter zum KV3 den einfach schnell durchgrinden und dann nie wieder gesehen also wirklich der seid ihr wahrscheinlich auch froh wenn ihr den durch habt der ist nicht einer der stärksten aus der Reihe tatsächlich auch mit Abstand der Schwächste kann man dann gerne wieder abstoßen danach geht es zum KV4 wenn der ausgebaut ist wirklich sehr sehr gutes Ding sehr sehr gutes Gerät mit der Stockkanone und dem Stockturm ist das so eine Sache aber danach ist der wirklich wirklich gut zu spielen danach und hier sehen wir das bei mir auch bin ich selber auch noch nicht so weit der STI und dann geht es zum IS4 ja die einen sagen er ist wirklich gut die anderen sagen nee lass es ich habe ihn wie gesagt wie wir hier sehen auch bisher immer noch nicht erspielt eine der wenigen Zehner die ich selber noch nicht habe das kann man vielleicht mal machen wenn man dann schon alles andere hat ja dann könnte man vielleicht auch mal diese Reihe angehen davor der STI ist aber auch wieder recht gut hat einen sehr starken Turm und soweit ich weiß ist er gut spielbar habe ihn ja selber wie gesagt auch noch nicht werde ich mir aber auch nochmal holen irgendwann und auch mal erspielen aber das ist jetzt keine Reihe die man so vielleicht am Anfang spielen sollte da gibt es deutlich bessere und ja wenn dann eher zum Schluss und dann hätten wir hier auch noch Thema Schluss KV1 wenn man denn T150 erspielt hat dann vielleicht nochmal weitermachen und sich den KV2 erspielen denn das ist wirklich ein kleines Spaßgerät muss man aber auch wieder mit um können ist jetzt kein ja also er ist nicht der schnellste und Panzerung auch nicht so gut hat dafür einen riesengroßen Turm also getroffen wird er sehr gerne hat dafür aber eine HE Kanone die es in sich hat wir sehen das hier auf der Premium Murmel mit 86 Durchschlag und 910 Schaden und damit könnt ihr auf seiner Stufe und alles darunter wahnsinnig viel One-Shots verteilen also wahnsinnig viel One-Shotten mit einem Schuss killen und ja für mich ist es ein Spaßpanzer hier muss man auch ein bisschen gucken das ist auch eine Sackgasse weil von hier aus geht es nur noch auf Artilleries weiter hier kann man sich die Artie-Reihe natürlich etwas verkürzen wenn man in Artie spielen möchte hier geht es dann schon auf die Siebener ansonsten ist hier Ende geht es nur bis hier und danach mit normalen Klassen sage ich mal jetzt nicht weiter aber der lohnt sich wirklich der macht wirklich Spaß man muss aber auch schon mit ihm umgehen zu wissen mit ihm umzugehen er kann auch eine zweite Kanone spielen die die hier beim T-150 drauf ist mit 300 Alpha Schaden aber das finde ich sollte man nicht dafür hat er einfach zu viel Potential aus der zweiten und dann lieber als Spaßgerät nochmal mit der Derpgun spielen ja möchte man dann von hier tatsächlich doch weiter dann auf die Artilleries S-51 S-51 14 2 212 A und dann das Objekt 261 spiele ich auch immer mal wieder aktuell in letzter Zeit aber weniger momentan lasse ich die Artis komplett links liegen das ist auch meine Empfehlung an euch ich will ja nichts ich will ja nicht parteiisch sein aber lasst sie ruhig stehen ja aber gut wer will dann ja kann sich das ganze wie gesagt über den KV2 verkürzen ansonsten geht es hier mit dem kleinen Geschnassel wieder los und naja wer sich das antun möchte bitte so und zum guter Letzt haben wir noch eine Jagdpanzer Reihe auch hier wieder wie auch schon bei den Amerikanern die meisten ohne drehbaren Turm SU-76 SU-85 B zum reinkommen ja und dann weg auch die SU-85 auf SU-5 ja halte ich nicht für so stark dass man sie behalten müsste da sieht es schon anders aus beim 6 der SU-100 macht wirklich Spaß auf Stufe 6 auch hier 390 Alpha Schaden die teilen auf Stufe 6 wirklich sehr sehr gut aus ja man muss aber natürlich entsprechend spielen können keine Panzerung oder sehr wenig Panzerung kein drehbarer Turm da muss man schon wissen was man tut von hier aus gibt es dann die Option auf letztendlich das OPEC 268 zu gehen oder eben auch das 263 oder eben auch das 268 Version 4 empfehlen also wir sehen das bei mir hier auch die beiden habe ich auch immer noch nicht bin da auch noch am airgrinden hier bei Stufe 8 da möchte ich auch noch hin also man macht hier auch hier mit allen dreien nicht so viel falsch zeichnen sich alle durch einen hohen Schaden aus also am höchsten hier auf dem 268 850 die anderen beiden können auch sehr gut Schaden anrichten nicht ganz so hoch aber dafür haben sie eine bessere Panzerung der 268 ist auch schon ganz anständig aber verlasst euch nicht allzu sehr drauf dann schon eher beim 263 und Version 4 hier 268 Version 4 die kommen zusätzlich noch mit ganz guten Panzer daher ansonsten ja zeichnet sich die Reihe durch sehr sehr hohen Alpha Schaden aus aber wenig Panzerung die SUO 152 da geht schon langsam los auch hier 910 Alpha Schaden auf der HE ansonsten 700 auf den auf der AP also auf den Standard Granaten dann geht es weiter zur ISU 152 auch hier brutal der hat auch noch einen sehr sehr hohen Durchschlag zusätzlich also die Kanone ist wirklich brutal dafür eben wie gesagt keine Panzerung und kein drehbarer Turm das ganze geht weiter mit dem Objekt 704 auch hier selbe Spielchen sehr sehr gute Durchschlag Kraft sogar noch besser als auf der ISO und ja da baut auch ganz gerne mal was weg aber auch nicht zuverlässig und das ganze gipfelt dann eben im 268 also wirklich solide Reihe hier aber auch hier wie gesagt ohne die Türme Drehbahntürme ein bisschen spezieller muss man entsprechend wissen auf der anderen Seite ist es nicht ganz so viel anders hier in die Su-100M1 ja auch nicht besonders stark gepanzert dafür ist die Kanone wiederum gut bei der Su-101 ebenfalls wie wir hier sehen bin ich auch gerade noch dabei gute Kanone weniger gute Panzerung und dann geht es weiter zur Su-122-54 bei der wird es ähnlich aussehen und dann habt ihr eben von hier die Option zum 263 oder 268 Version 4 zu gehen ich glaube da kann man mit beiden nicht so viel verkehrt machen ich werde das auch mit der Su-122-54 machen wie ich es jetzt hier schon immer vorschlage erstmal beides erspielen und dann vielleicht auch beides irgendwann dann kaufen ja da macht man auch so viel nicht mit falsch wie gesagt mit der ganzen russen connection hier es ist wenig was wirklich schlecht ist vielleicht schon aufgefallen ich habe jetzt hier wenig das 705 würde ich vielleicht nochmal rausnehmen eher ein schwächerer weiter unten hier so ein T43 oder A44 oder auch KV13 sind jetzt nicht die allerstärksten aber das Groß hier in dem Forschungsbaum ist wirklich zu gebrauchen und es lohnt sich die auch zu erspielen und wie gesagt für Einsteiger vor allem eine sehr gute Wahl am Anfang sich hier dem russischen Forschungsbaum zu widmen viel falsch macht man hier nicht egal wo man hingrindet und ja was wir also was ich jetzt hier empfohlen habe haben wir ja nun in den letzten Minuten gehört was zuerst angelaufen werden sollte und ja dann sind wir eigentlich am Ende des russischen Forschungsbaums beim nächsten Mal geht es dann mit dem Deutschen weiter und ja in diesem Sinne viel Spaß beim Erforschen und haut rein bis zum nächsten Bis zum nächsten